Das ist das sehste Programm, die Offizier, was vom Utsatz rein wird. Die Redner ist Johan Dich. Von der Gowi war er noch ein ganz anderes Bild im Olden Testament. Gott hat sich im Olden Testament besonders mit dem Volk Israel aufgeben. Viele Jüden dachten, Gott hatte an der Welt, will sie besser werden, als die anderen Välter rundherum. Doch wie aber nicht Gott seine Meinung, Gott will ein Volk, wort am Wod-Juhursam sein, in der er sein Wod anvertrauen können. Das Volk soll dann ein Licht sein, für die Hedenfälcher rundherum Israel. Das bewiesst, dass Gott ein Leif-Tolget-Horthaft für jeder einen, auf ein Hed oder ein Jude, wann sie sich in Büsse nur amdrehen. Dort ist uns vielleicht nicht so bekannt, dort Gott auch im Olden Testament will alle Menschen mit seinen Heil beschenken. Aber das ist so. Hör ich einmal nur seine wunderbare Anladung, an Jesaja fiefefeftig, saß Gott näher hin. Dort sagt der Herr, der ich Jesaja dit, Sieg den Herrn, solang hei te fingen es, raubt am Auen, solang hei dicht bieh es. Lot den Gottlosen sinnen war ich verloten, in die Euerachter sinne Gedanken, dort er sich zum Herrn bekehrt. So wurde sich Eva am Erbormen, into onsen Gott, willst beames Fehlverjebung. Denn meine Gedanken sind nicht june Gedanken, in june wei sind nicht meine wei, sagt der Herr. Aber so viel aus der Himmel hei es aus der Erde, so sind auch meine wei hei hei aus june wei, in meine Gedanken aus june Gedanken. Von der wo wir seinen, wo ein heidnischer Offizier in der Syrische Armee dit dienlich wordt. Anse Geschicht verfünder, fing wie ein tweede Könige, Kapitel 5, eindbert viertien. Diese Geschicht hundelt sich evan maun, der heit nahe maun. Oba eier wir uns mit diese Geschicht beschafchen, weil wir uns den Hängergrund ter diese Geschicht verführen. Wot wir des Geschichtel ja Hängergrund? Diese Geschicht fing wie eine Tiet, wort lang nur David in Salomo wär. Ein Eretid wär Israel noch ein Volk mit einer Regierung. Dott haut sich an die Joren noch hei alle geändert. Dott land Israel wär nu an zwei gespault. Dott nur dreck, wort von Tierenstamm abgemerkt wär, haid nu Israel. In die siedlichste zwei Stamm, rom Jerusalem, rom, warden Judah genannt. Dott nur dreck, wir meistens gottlos, en haut ärmer gottlose Könige, nicht einer, wat gottesverchtig wär. All ihre Könige über die Jahrhunderte wieren gottlos. Judah haut einst gemol betier die Könige, oba jästlich wird er doa nicht viel beter. Gott raubt Israel och Judah, ärmer war er träg nu sig. In de waech, wo hei dort deid wär, geweinlich durch seine Propheten. Hei schackt an einen Prophet nur den andren. Wie fingen dort geweinlich, haut dort nicht viel, waren diese Propheten och Proven Israel träg zu bringen, o Gott. Die Prophet, wort zu dieser Tiet an Israel arbeiten deid, wär Elisa, dat wär je die Notfolie von Elia, von dem wir letzte Werk reden. Zu dieser Tiet wird das Land Syrien feindlich gesonnen hier in Israel, durch wir auf Föcken Krüche warst, zwischen diese beiden Fälcher. Einst gemol wurden dann Menschen verschlappt und aus Skloven gebrockt. Und so kommen wir dann nur den Maun in unsere von der Osche Geschichte. Sie nomen wir Naaman. Wer wird es maun? Hei wie ein wichtiger Hauptmaun, eine syrische Armei. In 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1, lesen wir, Naaman wie ein höherer Offizier für den Tänning von Syrien. Hei wie ein vertraffeliger Maun, ein Wort von seinen Meister, Seier höchgehaulen und höchgeacht, Wils derch amgaufte Haar Syrien, den sich. Wie können uns seier Gott verstellen, wofür wird, Des maun gewaast wir. Wils dort, wort he seht, und dort wort he befehlen deid, Ich leck gewöhnlich immer. Des maun kun alles kommandieren, Bloß nicht seine Gesundheit. Wils des farsch, geht wieder, und sagt, In hei wie er ütselt sich. Wot wie er ütselt, In worum wird es so ne schlimme Krankheit? Die ütselt ist ne Krankheit ohne Hüt. Dort fangt mit ne kline Witte oder greife Städte an, Und dann fragt sich dort immer wieder, Meis zu schrift, In für ütselt die Menschen, Wie jeweinlich keine Hopning. Geweinlich wurden so ne Menschen rütt gestart, Und die mussten anders wie ein wohnen, Aus Tüß wie ihre Familie. Hier bei nahe Mann wird es noch nicht so, Wie es hei so ne wichter, In ütgetierkender Mann wird. Doch wie ein hat er aber doch nicht Hopning, Dort hei kun geheilt worden, Wie es diese Krankheit, Wur am zuletzt sein Leben nehmen. Er krieg eine Hoffnung von der, Wo er niemals gedacht hat, Zine Kirche. Das wäre eine kleine Jüdische Mejaal, Wot in sein Haus als Skloven deinendet. Das Mejaaltje wäre verslappt worden, Von banden von Zürische Soldaten, Von tid zu tid Israel angereiten. Das Mejaaltje muss das eigentliche hat haben, Dat sie mitgeslappt wird, Und ich denke bloß, Wo schlägt ihre Älterin an Israel Dort jugonenhaft, Als dort Mejaaltje war ich wieder. Dat Mejaaltje wäre aber ziemlich klug. Sie wisst von Elia, Wann sie auch seine Nomen nicht sagt. Sie redet hier bloß von einem Perfait. Dat ist ziemlich besonders von er, Wie es zu deitied, Wie Israel allgemein sei ja gottlos. Nein, man hat vielleicht lang Träge Hoffnung verloren, Dort am kon geholpen worden. Wo verken hat er sich nicht Verschiedene Medizin kommen loten, Oder verschiedene Zölf geproft. Alles hat nicht geholpen. Hij hat al viel verdoktert, Und jeder Doktor hat Schienboer In anderen rot, Aber das hat auch nicht geholpen. Dit Mejaaltje Seht nu toe Naaman seine Frühe sau. Ach, dat mein Herr doch im Perfait In Samarien wär. Dei würd am von seinen Utsatz Friemärken. Dat es ziemlich bemorgenswert, Dat dit Mejaaltje In seier groten Glauben hat, Dat Gott Elisa dooto brücken wud, Am friemärken, Wilspatan Elisa Noch keinen Utsatzchen Friemärkt hud. Aber dit Mejaaltje Glauben hat ganz fast, Dat hy dit wud. Und dann sagt es wieder, Dann ging Naaman nennen, Noem Kenning von Zürich in Zeeh, So und so Häft het Mejaaltje Uts Israël gezegd. Hier wehen nun Eine ganz andere hoopning. Hij hat nie last gekregen, Noch einmal te proben Gezond te wahren. Dat nächste wat we zagen is, Naaman geht noch help zeken. Die Kenning von Syrien Wird damit anverstoßen. Hij wolle obcheinen Waichsiehnen Basen Offizier Verlieren. Wann Syrien Und meistens met Israel Am Stried wir Indoor verken schrich wir, Wie hij fuhrzwellig Naaman En disem te halpen. Hij seht, Go do han. Ek wurde im Kenning von Israel Verdi in Breif schreven. Dann ging Naaman En naum Tieren Talente selwa En saßtusend Goldstecher En Tieren Sauts Dierichleidung Metzig En er bracht Dem Kenning Von Israel Den Breif. En doren Stunt sau. Wann dis Breif Nu di chempt, Dan weet, Dat ek Mienen Schnacht Naaman Nu di Gescheckt hab, Dat du Am von Sinnen Utsauts Fri Mörgst. Wot bedied Dit alles? Dit bedied, Dat he 750 Punt selwa, In 150 Punt Gold Metnaum, En dan noch Tieren Verschiedene Sorten Schleider. He docht, He wud sich De Gesuntheit Schaipen Cannen. Ers dat Fierke Nich ook So, Wie ons Menschen? Dat Es En Fehler, Wut Feile Merken, De Anfangen Um Haaren Te Sierken. Se Gleifen, Se Kennen Sik Dat Heil Scheipen. Ek Denk Hier An Dot Wot Seier Firken Pesiet. Menschen Nehmen Yelten Gonen Um Priester In Betolen Am Dia, Wie Se Willen Geholpen Sann. O Nicht Bloß Gesunte Wollen. Viele Menschen Willen Jes Lich Geholpen Sann. Se Willen Fried Hennen Er Horten In Se Gleifen Se Kennen In Bied Im Tchenning Von Syrien Fehl An Verständnis Wird. Jo Na Eman Jeng Direkt N Tchenning Von Israel. He Haudet Schien Bo Nicht Bemoigt Dott Et Me Jalke Gesagt Haud Er Profit Kon Am Halpen. Ent Weider Fehler Wot Segen De Firken Merken Es Se Leiben Dot Bloss Höre Und An Se Seine Personen An Halpen Tchen Je Wann Ich Gohnen Se Noen Priester Hier Gingen Se Noen Tchenning Obe Wot Passiert Aus Hain Tchenning Joram Von Israel Kaum Dei Worte Dich Seie Abgerecht Dot Des Hexte Soldot Von Syrien Von Am Dot Am Eil Verlangt He Gleift Des Och Bloss Ne Geleinheit Am Einen Nien Trich Nente Tragen En So Les Wie Ant Weide Könige Kapitel 5 Vers 7 Aus Dich Henning Von Israel Den Breif Gelesen Haud To Reit He Sien Ich Leider En Seed Sie Eck Gott Dot Ek Storben Lot Och Leben Dich Merken Kauen Dot Einer Von Mie Verlangt Ek Sollen Mohn Von Utsatz Fri Merken Seid Doch Amol Dei Seid Bloß Woh He Met Mien Streit An Fangen Kauen Also Dich Schenning Joram Wier Ganz Verblefft He Wier Dich Ander Dot Irgendwer So Wot Von Am Verlangen Kön Wies Von Irgendwem To Verlangen Vom Utsatz To Heilen Wie Eine Ameligkeit Er Ist Dich Interessant Dot Die Kenning Von Israel Die Nicht Mal An Gott Geleiven Deid Hier Tau Jewe Most Dot Blaus Gott Heilen Kann He Raubt Dich Mal Elisa En E Wisst Mord Einst Mal Staunen Die Blindheit Von Menschen In Besonders Von Höchgestahl Menschen Ober Det Nächste Hier Wie Dot Elisa Dot All Geheert Haud Dot Die Kenning Von Israel Sigt Die Kleider Toreten Haut Wies Zagt Aus Ob Elisa Die Mann Gottes Hird Dot Die Kenning Sigt Die Kleider Toreten Haut Schreckt He Ein Leid Am Seien Worum Hast Du Dine Kleider Toreten He Soll Nü Kommen Dann Wot He Anwollen Dot Do An Profit An Isra Eles Für Elisa Wird It Ne Wunderbare Gelehrin Het To Bewiesen Dot Gott Am Gescheck Tode En So Kom Dot Ram Na Eman Kom Schließlich Nur Der Reich Destehen He Stund Ver Elisa Sin Ideia Äg Denk He Felt Sich Seien Ongeschmert Vom Israelischen Channing Se Hauden Doch Gedacht Dei Wurd Weiten Wo I Soll Haan Gonen Obe Dei Channing Haud Nicht Imol Gewist Bloß Dann As Elisa An Bauten Schacken Deid Wisst He Wo I Haan Gonen Soll He Wie Meid He Wie Geries Von Den Langen Stoffchen Waich Ab Seen Wehren Von Damaskus Tues Deid Sich Jeder Einer Ver Am Verbecken He Wie In Aung Seine Na Maun Obe Hier Stunt He Nü Ferre Der En Eck Denk He Wies Ziemlich Nur Weis Dat Nächste Mott Von Na Eman Ziemlich Wunderlich Was Senn Wot Passiert Wir Lesen Dort In Faust Hier Dann Schackt Elisa Sin En Schnach No Am In Seed Go Han In Was Die Seven Mal Im Jordan So Wot Die Hüte War Gesund Und Die Wurst Rein Woren Wot Denk Je Von Sond Elisa Kom Niche Mal Nor Deer Diesen Hüren Maun Kom He Niche Mal Begreissen He Gauf An Keine Anerkanung Alles Wot He Deit Es He Schickt Sin In Schnach Drüht In Dat Wie Ne Ganz Karte Botschaft Wot He Am To Seien Hout Dan Lesen Wot Dat Na Man Doll Wart Wurde Perfeikt Niche Mal Rüht Kommen Am 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 Aus Wicht Am To Begreissen Wurde He Niche Mal Ewa An Beden Oder Wot Utspreken Dat He Wurde Plätzlich Gesund Sennen Ne Nisht Von So Wart In Hier Seien Wie Den Dreden Fehler Wot Viele Säkende Menschen Möken Sie Willen Geholpen Woren Ob Ehren Wach In Geweinlich Von Menschen Sie Leiben Menschen Tennen An Halpen Obe Dat Es Nich So Einst Gewellen Halb Haben Obe Nicht Wann Sie Ab Einmal Dat Aule Verloten Mussten Se Stahlen Säkwot Feah So Wälde Se Geholpen Sennen In Niche Anders Dat Schaft Obe Nich So Viele Wellen Halb Haben Obe Ab Ehren Einen Wach Wann Wie Von Gott Halb Haben Wellen Dann Mott Wie Reit Sennen Gott Sehnen Wach To Gonen In Wot Wir Gott Sehnen Wach Naimond Soll Sick Am Jordan Riefer Seven Mohl Boden Obe Do To Wie Naimond To Stolt He Seht Senn Ich Die Riefer Obama In Far Par Wie Damaskus Beter Aus Irrigen Riefer In Israel Kon Ich Mie Nicht Do Woschen In Rehen Wollen En Er Dreht Sich Am En Er Ging Do We Det Ist Das Bild Von Uns Menschen Nicht Woh Wie Sehken No Gott Wie Mochten Sine Halb Haben Wie Mochten Gesund Wollen Jo Mochten Änerlich Auch Gesund Wollen Wie Mochten Uns Betieren Obe Ab An Wach Nicht Ab Gott Sinnen Wach Den Schab Ich Verstohnen Die Sons Nicht Goud En So Wird It Hier En Wann It Da Nicht So Geht As Wie Well Da Zer We To Stalt Do To Do What Gott Will We Go In Leiver Do Davon So Wird It Here Met Naum On Obe De Geschicht Dreht Sik Naum Wart In Dei Miet Ja Maan En Wof Pazier Dat Jo Naum Wier Reit Ne Hüste Voren Obe Sine Deiner Fangen On Am To Bereden Se Se Sedent Am Wann Dei Profit Die Frucht Haut Wart Schwore To Daunen Wurst Du Dot Nicht Daun Han Wof Eier So Du Dann Dot Daun Wart He Die Sagt Go Wurst Die Doch Und Du Wurst Drehen Sagen Se Bereden Am Jo Naum Leit Sik Bereden He Fu Do No Den Jordan Den Ziemlich Wied Auf Von Samarien Wur Des Profit Wier Einer Jeng Naun Einmal Noch Nus Gehalpen Tweimal Noch Nus Gehalpen Drei Feier Fieh Saas Mohl In Da Taut Noch Nus Gehalpen Ek Denk Sine Deiner Seden Go Doch Noch Einmal Nern He Se Seven Mohl Einer Jeng T Sevent Mohl Nern En Che Mohl Do Die Plaken Ab Seine Hüte Wieren Waich De Knubbels Wieren Waich Seine Hüte Wier So Rein Inso Fein As De Hüte Von Nied Bebe Erk Ne Mohn Den Naumann Haft Abgeschreien Uit Freid He Wier Rein De Anheilbore Krankheit Wier Waich He Wier Ein Nied Mensch Met Wort Verwunderbar Graute Freid Wut Naumann Seine Hüste Vorn Nuzine Früh In Nodat Mejaltje Wut Am Dessen Rot Gejevt Haud Wie Leren Von Dese Geschicht Seia Fehl Wann Naumann Nog 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 Nich Verstohlen Kön He De Doch Tog Göt Erlats Dort Wot Gott Am Gesagt Haud Dere Sinen Profeid Vor Uns Sein Hier Feier Lektion En Dese Geschicht Den Erste Vi Vi Can Geholpen Sein Der Zweite Es Wot Wie Endlich Die Wahrheit Weiten Fing Wir Nicht In Weich Wo Vi Can Geholpen Wollen Naumann Ob Die König Von Syrien Wiren Do Gons Am Diest Wur Se Sollen Haan Gonen Se Gängen Um Arrechten Se Gängen Um Tönig Von Israel Ne Se Sollen Num Profeid Gonen Wot Met Gott In Verbindung Stund Jetzt Du Noch Eman Um Arrechten Du Gleifst Vielleicht Dine Keu Kon Die Halpen Dine Keu Kon Die Nicht Halpen Menschen Tönnen Die Nicht Halpen Du Motst No Jezus Gonen He Kon Die Halpen Das Red Wot Verlieren Es Wie Motten Erst Met Uns Selbst Am Eng Senn E Bereit Senn Gott Zienen Wach Gonen Nein Mann Woll Dat Verirsch Nicht Däunen He Docht He Holt Selbst In Betren Wach He Seht He Wod Tre Gonen Nur Die Rief Asch In Syrien Sikt Do Boden Aber Dort Wut Nis Geholpen Han He Musst Irs Tum Einkommen Met Sik Selbst In Sine Deiner Kon An Bereden Jaff Doch Däunen Stoltheit Ab Dau Doch Daut Eifache Wot Die Gesagt Wart Und Dan Viertens Uns Kon Nicht Geholpen Woren Wot Wie Wir Wir Daut Daunen Wot Gott Uns Gesagt Hab Jesus Seht Mal Wer Nuh Miet Kamp Den Bist Du On Jesus Gekommen Du Hast Nicht Üzelt Obe Du Hast Sind In Die Sind Erstes Üzelt Willst Du Uns To Göder Lads Det Leben Nimmt Wie Kernen Oberein Woren Jesus Lot Uns An Wie Kernen Uns Beahmen Worschen Gonen En Sin Blaut Dann Wo Wie Gons Reins Sann In Uns Sinden Weich Wann Du Dut Noch Nicht Gedonen Hast Dann Do 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 Nye Roots Wel We Bet En He Jesus Wann Do Irgend We Es Wot Mine Stem Von Der Hiet In Die Noch Nicht Angen Havt Schenk Do Lod 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 Do Nod Die Komen In Rijn Worschen Woren Ik Bet In Diene Nomen Amen Wenn Sie noch freuen haben, über das, was Sie auf diesem Programm genannt haben, meine Telefonnummer ist 205-365-523. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.